Wusstest du, dass es genauso viele gerade Zahlen wie ungerade und gerade Zahlen zusammen gibt? Klingt erstmal komisch, gerade wenn man die Schreibweise hier sieht, weil man denkt sich, okay, das sind doch doppelt so viele Zahlen wie die hier oben. Das ist aber nicht so. Das liegt nur an der Schreibweise. Wir können es auch folgendermaßen anordnen. Wir schreiben die 2 an erste Stelle, dann kommt die 4, dann die 6, dann die 8, 10, 12 und immer so weiter. Und dann hat hier jede Zahl genau eine gerade Zahl bei sich. Und das geht immer so weiter. Man kann immer eine gerade Zahl nach ungeraden bzw. geraden zuordnen. Und deswegen sind das genau gleich viele Zahlen. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass wir uns das Ganze im Unendlichen anschauen. Ist eine super Veranschaulichung dafür, dass unendlich geteilt durch 2 wieder unendlich ergibt. Weil bei beiden Zahlenmengen haben wir noch mal hinten kein Ende. Frage an euch, könnte man dann auch sagen, dass es genauso viele Primzahlen wie ganze Zahlen gibt? Schreibt es mal in die Kommentare. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen.